Jedenfalls hat, ähm, und, und, hier meine, die mit dir. Die waren im Großbritannien und mit ihrer Tochter, die da auch laufen, die sie den Jack Russell hat, ähm, die haben, die sind im Polizum. Genau, genau, also ich meine, ja, ja, genau. Ja, genau, das ist möglich. Nadine noch geht, weil Nadine noch immer an Lohn ist, weil sie macht ja irgendwie mal unterschrieben und die kann natürlich nicht so gut starten, das ist klar, ja. Also ich muss ja in der Karte, das geht ja nicht. Nein, muss ja nicht so gut heratten, aber das ist erstmal egal, weil so, jetzt sparen sie erstmal Geld. Angela ist im DVG und, ähm, jetzt kommen ja noch einige nach, die jetzt halt auch starten, also, sie werden ja immer mehr Leute gestarten halt. Und, ähm, ich wusste nicht, dachte ich, dass sie passt im Raum, dass sie nicht gut ist.